Hallo, hier ist Sonja und wir spielen heute eine weitere Folge Scrabble-Yo mit Tops & Flow. Falls ihr die letzte Folge nicht geguckt habt, hier habe ich versucht Joghurt zu zeichnen und keiner zerraten muss so ein Trauer spielen. Und da sind wir schon wieder. Ah, da ist Tops geht's wieder los. Die lila Lie hier diesmal. Ah ne, wird wieder zurückgewechselt zur vertrauten Farbe. Dunkelgrau tatsächlich jetzt. Das ist eine zerbrochene CD. Nein. Das ist sehr akzeptabel. Wie nennt man das? Äh. Oh. Das ist wenn man da drauf drückt. Das kennst Haarenrad? Dann macht's zu. Was? Wenn man da drauf drückt, dann macht's zu. Dann geht's zu, ja. Benutz doch einfach die Farbe Braun. Tut einen Vorteil bitte. Nein. Oh, Tops. Bitte Tops. Benutz. Die Klappe. Nein. Nein. Einfach. Einfach nein. Perspektivisches Zeichen ist auch... Oh, das ist ein langes Wort. Ach du Kacke. Okay, was rot ist. Auf nem blauen Hintergrund, okay. Könnte jetzt vieles sein. Aha. Aha, jetzt wird's noch rot. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich find's schwer, das jetzt hier ein bisschen zuzuatmen. Weil das für mich nicht wirklich irgendwas darstellt, aber... Ich hab's noch nicht das gemacht, das eigentlich... Kacke, was soll das sein? Das fragen wir uns alle. Hä? Weil meistens hat der noch seinen Hut. Nice, nice, nice. Daumen hoch. Hä? Daumen hoch, mein Lieber. Der kümmert sich da drum. Oh nein. Oh nein, jetzt ist der Rauch. Jetzt musst du unten gucken, dass du die Linie hast. Ja, okay. Hä? Tops, bitte. Wie ging's das nun so? Ach so. War das nicht für ein PL? Nein. Nicht? Nicht. Das ist jetzt eigentlich... Sieht aus wie King Kong, Alter. Okay, ich versuch das schön zu zeichnen, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen. Was? Wieso was? Ich hab noch gar nicht gezeichnet. Die Anzahl der Zeichen. Es ist ein Schweinchen. Nee, falsch. Es ist ein Mensch. Auch falsch. Porträt. Es ist Ronja. Es ist ein Tiger. Eine Kuh. Eine Katze ohne Haaren. Nein. Warte. Komm schon, das könnt ihr wissen. Es geht auch um die Farbe. Bei mir ist die Farbwahl nicht so willkürlich wie bei anderen hier im Gruppenverbund. Hä? Komm schon, bitte. Ach nee, warte, ist es nicht. Halt die Klappe, Ronja. Finde ich auch lieb. Ist es keine Milch? Nein. Hm. Was ist es dann? Alright. Weißt du, das Ganze wäre so viel einfacher, wenn du Gelb verwenden würdest. Ich hab nicht wirklich geguckt, was du schreibst. Okay. Junta. Fnata. Ich hatte Fnata schon geschrieben. Heute haben wir uns hier versammelt. Für? Was ist das? Ronja. Ja. Florian. Es ist kein Engel. Es ist Gott. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Es ist unser Herr. Wie soll ich das denn alles zeichnen? Das ist alles Müll. Okay, wir versuchen es. Alles klar. Das ist ein Wild Ride. Also, pass auf. Er hat gelogen. Es ist nicht alles Müll. Ich hab Müll eingegeben. Komm nicht raus. Weißt du was? Und es beginnt wieder. Andi, der Ronja ist dran. Ich dachte, du bist. So, das sind zwei Teile. Okay. Ich meine gerade erst den zweiten Teil zuerst. Weil der zweite Teil einfacher ist. So, das erkennt ja wohl jeder von euch, was das ist. Okay? Ja. So. Das ist Teil zwei. Dann machen wir einmal Plus. Und das wird jetzt ein bisschen abenteuerlicher. Okay? Wir haben jetzt hier ein Behältnis. Ein Glas oder sowas, sagen wir mal. Ja, da ist dann vielleicht Wasser drin. Oder halt ein anderes Getränk eurer Wahl. Vielleicht ein paar Eiswürfel. So, dann. Kann man da ja so Halme, die mittlerweile, glaube ich, gebannt wurden. Schau auf, Glocke. Nein. Was? Aber es ist schon ein guter Gedanke. So. Und um da aus diesen Halmen Flüssigkeit rauszukriegen. Äh. Muss man halt. Warte. Hier. Nein, wir haben jetzt hier so ein Gesicht dran. Was? Ich habe das Wort in meinem Leben noch nie gehört. Saugglocke. Ich habe es in meinem Leben. Saugglocke. Was ist das? Wow. Floreal. Was ist denn das? Allgemeinbildung 101. Ich komme nicht aus Deutschland, ihr Ausgrenzer. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, guck. Was ist denn hier? Ich habe das Gefühl, wir spielen auf sehr schwer gerade. Und ist denn das schon wieder? Wahrscheinlich spielen wir gerade competitive und 300 einfach zu und ran ins Kribbel. Das ist eine Matschspitze. Ah ah. So. Das. Das. Äh. Okay. Das. Das hier hinterher. Warum denn rot? Ah! Kann ich das irgendwie zurück machen? Nee, ne? Nee. Ach, aber färb einfach im Hintergrund weiß, bitte. Oh nein. So. Warum ist das rot? Warum? Und da vorsteht jemand. Und der präsentiert sein. Der präsentiert, das ist so. Es gibt hier so eine Serie. Die hat so das als Markenzeichen. Hier diesen. Diesen. Diesen Stern da. Das ist irgendwie. Das ist eine. Das ist eine. Ich kann den Namen. Ich kann das nicht aussprechen. Das ist. Ich kenne das ja auch nicht. Es gibt DSDS. Es gibt DSDS. Und dann gibt es noch was anderes. Das ist dann eine. Wo die das suchen. Reality Show. Das ist richtig schwer. Ah, okay. Okay, ja. Jetzt war doch irgendwie klar, oder? Ach, lau. Ich dachte, warum von diesen Kuchen oder? Ich dachte auch. Das war irgendwie jetzt schwer zu deuten. Ja, das ist keine. Du hättest einfach auch jemanden mit so einer Jury und einem Mikrofon zeichnen können. Nee, könnte ich nicht. Okay. Okay, Flo, was malst du uns denn? Schön. Das ist ein langes Wort, sehe ich gerade. Oh, das ist ein wirklich langes Wort. Okay, das ist jemand, der hat den Unfall. Das ist die Rondorf. Oh nein, ich hatte einen Unfall. Ich bin tot. Nein. Nein. Warte, warte. Vielleicht mache ich das noch so ein bisschen. Okay, wieso bin ich gefallen? Was ist mit dir passiert hier? Was ist mit mir passiert? Das ist eine Straße. Es ist immer eine Straße. Immer wenn es ein langes Wort ist und es kommt voll flow, ist es eine Straße. Nein, 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 nein. Wenn du so, keine Ahnung. Kriechen. Okay, warte. Ich versuche es irgendwie so. Was ist passiert? Alles dreht sich. Schwindelig. Ja, und was passiert dann mit dir? Du kippst um. Und? Ja? Das ist aber kein Wort. Ha, du... ...brichst. Oh. Ich habe 80 die schwer genommen. Das ist nicht einfach. Ja, ja. Okay. Ich mache was Einfaches. Okay? Auspuff. Ich habe immer so eine komische Verzierung. Holy moly, Flo. Wollte ich sagen. Das ist echt nicht schwer. Das ist echt einfach. Warte. Ey, Tups, guck mal. Guck mal, geh da hin. Das ist ein Acker und da fährt gerade einer hier. Guck mal, und jetzt? Jetzt zeig dich gleich noch den Traktor ein. Warte, warte. Ja, ja. Das ist die Hose, Tups. Wow. Ich lasse dich, Flo. Das ist der Acker. Ja, Flo hat zu viele Punkte. Ackerland. Das stimmt wirklich. Ja, siehst du, Flo hat zu viele Punkte. Ackerland. Was kommt wieder los? Ah, das sind Augen. Das seht aber nicht aus wie Augen. Der ist grummelig. 80er. Der hat einen Schnauzer. Nee. Das sind deine Lippen. Hä? Oberlippenbart. Schnurrbart ist zu lang. Jams, ich find's schön, dass du auch einfach nicht aufhörst, Feile zu zeichnen. Das, Flo. Das ist so einfach, Flo. Hä? Lippe. Nee, mehr als zwei. Sieh da rein. Jürgen, wir sind sch... Ja, Sven. Das ist auch einfach. Das ist ein spontaner Typ, Tups. Das ist sehr sch... ...bontaler Typ. Okay. Okay, okay. Ich führe wieder. F***te Runde. Was ist das? Was ist das? Okay, Braun. Ist aus Professor witzig. Okay, ich lass mir Zeit, okay? Das ist top. Oh, ja, Ronja. Mach Kick. Nein. Du... Mach... Dann erfährst du die Punchle. Die Punchle ist noch Burf, okay? Nein, nein, nein. Ich kenne dich nicht. Keine Sorge. Ronja, Kick. Ronja, Kick. Ronja, Kick. Stalker ist es nicht gewesen, überraschenderweise. Oh, 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 oh. Weißt du, Herr Flo? Ich hasse dich. Aber es geht nicht um das, es geht um das, was Tups nicht macht. Ich bin grad nicht ganz sicher. Okay. Wow, Flo. Wie hast du es rausgefunden? Da hat Flo ein absoluter ekelhafter Mensch. Denk mal nach, was macht ein Tups nicht? Fieders macht er nicht. Wo ist Tups nicht? Oh. Ah, ich bin doch erster Platz, erster Platz. Ich bin mir Flo kicken. Ich finde das wirklich gut gemacht. Okay. Warst du hier? So. Voller Name ist gesucht. Hä? Voller Name. Achso, lol. Danke. Was machst du? Hm. Mach mal was, was für Flo schwierig ist und für mich nicht nur noch 10 Punkte aufholen. Nein! Das ist auch schon wieder. Muss ich mir legen? Wie war das bei dem? Oh Gott, was kommt jetzt? Was ist das? Oh! Was? Nein! Ich hab quer gedacht. Ich hab quer gedacht. Ronja, den kennst du auch. Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Der sieht voll anders aus. Boah, war war ein Tups. Ja, ich wusste jetzt nicht genau, ich bin jetzt durch die Nase. Voll anders. Hört die Klappe, Ronja. Nee, 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 nee. Mimimi, jetzt wird er Platz. Mimimi. Mimimi, bist du richtig, wenn du das denn machst? Okay. Die Welt ist böse. Okay. Es geht um eine Geschichte jetzt wieder. Oh Gott. Ja. Okay, da oben ist so ein Funkmast. Ja. Ja, nee, nee, nee. Das ist ein Vogelhaus. Da wohnt er. Okay. Was ist das? Das ist irgend so. Okay, er wohnt in einem Haus. Und er sieht so aus. Ja. Okay. Okay. Er hat auch so Haare. Okay. Und dann gibt's dieses Einer. Oh. Nice. Was er nicht mag. Ausrufezeichen. Guck. Ich hätte jetzt noch so einen Schweißtropfen dazu gemacht. Oh, nice. Guck, ich finde, es ist wichtig, eine Story der Endspun. Boom. Oh, okay. Er ist irgendwie alles schwierig zu malen. Deswegen versuchen wir es mal einfach mit dem. Dann wird's halt hässlich. Ich mach jetzt mal, was das Tops immer macht, ja? Gut aussehen. Soll sein. Hä? Was machen die? Ja, das ist die Frage. Was machen die? Test. Ja, guck, es ist ein Mensch und es ist noch ein Mensch, ja? Ja, also Tops, also wenn du denkst, wenn du es jetzt nicht magst, kannst du immer noch auf Accept drücken. Nein. Nein, 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 kickt mich nicht. Kickt mich nicht. Was soll, ist das beleidigend, Flo? Kickt mich nicht, das ist nicht beleidigend. Das ist fröhlich. Ihr guckt, das sind Freunde, die treffen sich nach langer Zeit. Die sind glücklich, ja. Wenn siehst du das, dann würde ich für den nächsten kicken. Was soll das sein? Ja, Tümer, sie sind glücklich. Umarmen. Das macht Flo immer. Äh, tupsst du mal? Hä? Hä, was? Hä, nein, das habe ich nicht gesagt. Hä, ich wusste, gehört. Ja, ach so, das habe ich gemeint mit, mit schwarzer, äh, Farbe auf Weiß und sonst nix. Ja, wow, ich will es nicht, ich will have it. Nice, da habe ich den psychologischen, epischen Sieg geholt. Ach so. Ich gewinne lange Zeit nicht mehr in Scrimmle. Ich weiß nicht, was da los ist. Früher lief das irgendwie besser, auf einmal gewinne ich nicht mehr. Ja, weil du auch kein... Nice. Ich habe dich immer gewinnen lassen. Oh nein. Na ja, gut, dann war's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020